Die Händler ist in der ersten Zeit. Die Händler ist in der ersten Zeit. Warte mal, Inventar checken. Inventar checken. Mit Tekken. Eine Händler ist in der ersten Zeit. Eine Händler ist in der ersten Zeit. Der verkauft ja nichts. Scheiße, geh mal weg da also. Ähm, wo war denn der Händler? Was sind das für Häuser? Was ist die Scheiße? Wasser, ich brauche Wasser. Geh sauf was, Alter. Was ist das? Was ist das? Wie wird das, wenn ich mich nicht schaffst? Los geht's! Ich bin gespannt. Jetzt, was ich heute? Was soll ich sagen? Also wird der Wasser aufgewachsen. Es ist jetzt wieder vorbei. Ich habe mich noch nicht geholfen, weil ich noch nicht geholfen habe. Ich habe den Geist, wie ich noch nicht geholfen. Okay, ich habe die Eindrücke geholfen, aber ich habe den Geist, der Geist und der Geist hat. Aber trotzdem haben wir die Geist, und die Geist haben sich nicht verletzt, und die Geist haben sich dort verletzt. Das war's für mich. Okay, Westen. Im Westen liegt der Feuertempel. Warte, wenn der Feuertempel im Westen liegt. Wo muss ich denn... Das Salamander-Espot? Ja, ja, Salamander. Salamander. Wo war Salamander? Fairy Tail. Latsu. Okay. Warte mal. Feuerheiztempel liegt im Westen. Ich hab hier aber nur... Osten... ...und Süden was. Da müssen wir wahrscheinlich noch einen runtergehen und dann... ...und dann nach da. Stimmt, im Osten ist der Kanonier. Dann gehen wir mal einen nach unten. Oh, scheiß Treibsamm. Geh weg. Hunya! Okay, hier geht's anscheinend weiter nach unten. Was ist das für ein Piech? Eine Ente... Was ist das? Warte, schmier's damit boom? WTF? Ich weiß nicht, was ich weiß nicht! Ah, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Schatz Schatz Schrieg er up to enter Na gut, weiter geht's. So, hier geht's wieder nach Norden. So, hier geht's mit der Garten. Okay, hier geht's mit dem Weg. So, hier geht's. Ich weiß nicht. Also sehr, sehr, sehr altartig hier. Was ist los? Oh, die wollte er. Achso. Boah, zwei Hits hintereinander. Wichs hier los. Ach nee, ich herr mich gar nicht mehr aus. Ich hätte einfach nur weiter nach oben gehen müssen. Koreshiki! Oh, sag mir nicht, hier sind Robin... Oh nee, hier sind Robin Hood Katzen. Nein! Nein! Raffe ich mich, raffe ich mich, raffe ich mich, raffe ich mich. Geh raus. Alter! Wieso sind hier Robin Hood Katzen? Warte, tötest du dich mal? Warte, tötest du dich mal? Bis zum nächsten Mal. 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 Egal wie, ich hab's wieder geschafft. Scheiße, warum? In der Weihnachtshinsel. Weihnachtshinsel? Wo kriegt man denn hinweis, dass er da ist? Solltest du da nicht hingehen? Hast du noch keinen Drachen? Warte mal, warte mal. Oh, da hat sich was aktualisiert? Bei was bisher geschah? Hä? Das stand da vorher nicht drin. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Land des Eises war Winterinsel oder wie jetzt? Land des Eises war Winterinsel oder wie jetzt? Koh 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 Oh. Ich hab jetzt gerade so viel Mats verballert. Schneelöwen dort. Ja, was soll ich jetzt machen? Sollte. Okay, okay. Learn to play, Mann. Wenn Mana-Samen des Feuers zu finden, der auf dem Feuertempel entwendet wurde, begibt sich die Gruppe zum Kanonier von Kakara, um sich zur Weihnachtsinsel befördern zu lassen. Okay. Jetzt bin ich auf der Weihnachtsinsel. Ist ja, jetzt kommt das Geilste. Warte mal. Jetzt kann ich nämlich alles auf Stufe 4 hochkommen. Warte mal. Oh. Wo ist der Wind in Crystal Forest? Was mache ich später? Jetzt habe ich kein Lust. Die Weihnachtsinsel. Der neue Film ist die ins Bild. Der Film ist der Film. Ich habe ja immer noch die Kanzler. Auch dann hätten wir auch hier keine Gehtgeise anbrauchen. Leute, wollt ihr mich jetzt verkacken? Nee, nee. Die brauchten, nee. Hä? wieso habe ich wieder so viel kohle na egal ein bisschen kämpfen lassen nicht durch ich bin reich ich habe eine millionen gold also erst mal wieder den wix die hat auch keine bonbons er hat nur schokolade die haben alle nur noch schokolade da kaufe ich ja schokolade weiß nicht was es bringt aber egal hier ist nichts so dorf ist nichts das heißt ich muss hier raus gut dann gehen wir mal raus raus aus dem dorf wo ist der ausgang what the fuck hallo nee ausgang da okay ein wolf oder was ist wird jetzt wir in im im da Alter, diese Wölfe. Hier sind zu viele Wölfe. Wo kommen die alle her? Krügel euch tot, ihr Schweine. Voll geil, ich höre nur noch Level Up Geräusche. Level Up Level Up Level Up Level Up Level Up. Ich glaube 21 müsste ich jetzt mit allen sein. Okay. Ich glaube, hier ist es sicher. So ist es nur so. Schauen wir mal. 21, 21, 21, jo. Ich gehe mal da entlang. Vielleicht ist hier was. Ich gehe mal da. Es ist ein Rözel, Rudolf. Das ist wirklich Rudolf. Gott hat den Mann. Sie sind nicht so sehr, da sind alle ein paar Refitschen. Sie sind einer Kohlrennöcker, mit der Kristaalparenz, in einem Stift in einem Maman kann sie Aasen ziehen. Ich bin sicher, dass ihr Ihr Kind-Sawabt dazu wird. Oh Gott. Er ist Adelaus. Der ist Teller, nicht einfach so. Ja, ich bin so. oi 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 geil gleich mal hausplündernde Orp was war das? ein Orp für die Lanze? noch ein Orp für die Lanze zwei Orps für die Lanze bekommen der Lanzen-Orp-Master, Alter ich bin hier dabei, aber wo ist der Frigge? ah alter Schwede, ey wow scheiß Kiste ich bin bewusstlos geschlagen ok, hier gehts, gehts hier weiter kann man die Kistalle kaputt hauen? das sieht so aus, als würde man die kaputt hauen können die Winterinsel da die den Weg versperren nein, gehts nicht ne, noch schöner erstmal abkürzen alles 70 ja, wieso nicht? was? 62.000 Gold? so wenig was? die 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 Der Kanonier, da waren wir doch schon. Wenn ich wieder im Kreis herrug... Oh, was ist denn das? Die Schildkröte. 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 Oh, boss fight. Ja, einer meiner Leute ist gestrumpft, also läuft aber wunderbar. Ja, einer meiner Leute ist gestrumpft. Das war's für heute. Das war's. Geh! 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 Hmm... Okay. Oh, okay, gut, passt, super. Otyg-Fratze! Bravo, bravissimo! Bogenorb! Auch nice!